Das Spiel ist nun wirklich schon ewig in meiner Sammlung. Es hatte mich jedoch irgendwie nie so richtig angesprochen und es auch mal großartig anzutesten. Es ist anscheinend ein Sportspiel und die sind auf dem Gameboy ja meistens sehr einfach gestaltet und daher nicht so spannend. Trifft das hier auch zu? Was taugt Littys Summer Sports für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Interplay entwickelt und hier in Europa auch 1992 veröffentlicht. In Nordamerika ist das Spiel unter dem Namen Trackmeet und in Japan unter dem Namen Trackmeet Misaze Barcelona bekannt. Und um es noch verwirrender zu machen, gibt es anscheinend auch eine europäische Version namens Trackmeet. Es prangt sogar ein Sticker auf der deutschen Version, dass dieses Spiel die deutsche Version von diesem Spiel ist. Keine Ahnung warum wir in Deutschland unbedingt dieses 90er Jahre Flair noch brauchten. Das Spiel ist im Prinzip eines dieser typischen altmodischen Leichtathletikspiele im Sinne von Track and Field. Ihr spielt also verschiedene Sportarten nach und dieses meistens mit entsprechenden Tastengehämmer. Hurra! Solche Spiele lieben wir ja heute noch. Also bietet uns der gute Littys dann wenigstens viele verschiedene Sportarten. Genauer gesagt sind es sieben Stück. Im klassischen 100 Meter Lauf müsst ihr im Prinzip nicht viel machen, als auf den A-Knopf möglichst schnell zu hämmern. Aber diese Disziplin ist bei solchen Spielen ja auch immer das ödelste, finde ich zumindest. Im Hürdenlauf macht ihr dann im Prinzip dasselbe, nur dass ihr hier dann entsprechend kurz vor der Hürde den B-Knopf zum Sprung drücken müsst. Tut ihr das nicht, stolpert ihr und verliert kostbare Zeit. Beim Sperrwurf wird es dann etwas komplizierter. Ihr nehmt klassisch per Tastenhämmer einen Anlauf und müsst dann beim Wurf noch den Winkel einstellen. Beide Faktoren entscheiden dann, wie weit euer Wurf geht. Ähnliches Vorgehen habt ihr natürlich auch beim Weitsprung, nur dass ihr hier logischerweise quasi euch selber werft. Die fünfte Disziplin ist dann noch der Stabhochsprung. Auch hier müsst ihr natürlich Anlauf nehmen, den Stab dann mit der Taste B rechtzeitig setzen und dann nochmal kurz drücken, wenn ihr den Stab loslassen wollt, dann kommt ihr zum Ziel. Dann gibt es noch den Diskuswurf. Hier dreht ihr euch natürlich powermäßig und müsst dann im richtigen Moment den Diskus loslassen. Die letzte Disziplin ist noch das Gewichtheben. Hier heißt es dann durch das Hämmern auf die A-Taste Kraft zu holen und die Gewichte dann entsprechend in die Position zu heben und dort zu halten. Soweit also nichts weltbewegendes, was man nicht auch in anderen Spielen dieser Art gesehen hat. Auch mit der Steuerung der Events kommt ihr sofort klar. Was macht dieses Spiel also aus? Ich würde sagen, es hat einen gewissen Charme. Das sieht man schon alleine in den Zeiten der Disziplin. Hier merkt man, dass kein Profisport betrieben wird und die allgemeine Gestaltung erscheint mir auch immer mit einem kleinen Augenzwinkern gemacht zu sein. Das sieht man schon an den Spielmodi. Im Trainingsmodus könnt ihr logischerweise alle Events einzeln anspielen und üben. Im eigentlichen Spielmodus kämpft ihr euch aber gegen einen Gegner durch alle sieben Disziplinen und die sind sehr comichaft gestaltet. So müsst ihr zum Beispiel gegen den ungeschickten Kraftprotz bestehen. Welche Disziplinen der gut kann, sollte klar sein. Die Grafik an sich ist liebevoll aufgemacht. Es wurde schon versucht, entsprechende Atmosphäre aufzubauen. Alles nichts Besonderes, aber durchaus gut. Das Sound spiegelt das wider. Musik ist quasi nicht anwesend, deswegen gibt es in diesem Video auch keine Hintergrundmusik. Was taugt Liti Summer Sports für den Gameboy also heute noch? Ich weiß nicht. Es ist okay, ehrlich gesagt. Es ist eines dieser alten Sportspiele, die sich heute keiner mehr freiwillig antun will. Aber es ist ein Kind seiner Zeit und durchaus kompetent umgesetzt worden. Erwartet hier allerdings nichts Besonderes. Wenn ihr unbedingt einen Track & Feed im Billiger nachspielen wollt, könnt ihr hier zugreifen. Alle anderen haben nichts verpasst. Das war der Test zu Liti Summer Sports für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastische Menschen, dann wisst ihr was zu tun ist. Und dann sollst du uns sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.